Hätte ich mit Glasscheiben eingesetzt, dann gehe ich jetzt im Schlafzimmer einsetzen und dann, ja, ist das hier schon unser Wohnsitz jetzt. Mhm. Schön. Echt toll. Oh, reichen die Glasscheiben? Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Yay, es hat gereicht, zwei sind übergegeben. Uh, so warte, habe ich Holz? Nein, habe ich nicht, dann kann ich auch keine Pressure Plate machen. Schade. Gut, dann kommen hier jetzt noch die Decke rein, dann kommen da die Löcher für die Glossons, dann kommen die Glossons, dann kommen hier noch die Fenster rein. Und dann kommt das Dach drauf und dann ist die Villa fertig und dann ist das Let's Play fast beendet. Nein, wir müssen ja noch in die Hölle und so. Mhm. Gut, dann, ja, bringen wir Holz mit am besten. Jo, ich hau überhaupt Holz hier den ganzen Sumpf ab. Okay. Ja, dann müssen wir eigentlich auch wieder was pflanzen, dann. Ähm, funktioniert die Farbe schon, Pilz, oder noch nicht? Ähm, kannst schon Pilze setzen, aber ist noch nicht dunkel genug, dass da welche wachsen würden. Wieso nicht? Weil das Dach noch nicht drauf ist. Achso. Pilze setzen ist ja blöd in der Pilzfarm. Das ist ja nicht so das, was man will. Nein, ich meine, ich muss sowieso Pilze setzen erstmal, auf die, ähm, Sockel da, die ich gebaut hab. Warum? Ja, dass überhaupt mal welche wachsen. Achso, Pilze können sich nur vermehren und nicht wachsen. Ja, die können sich nur vermehren. Meine Maus packt gerade rum. Muss ich mal wieder die Maus wechseln. So. Achso, so ein Maushopper. Ja, das musst du sagen. Ich hab's zwei Stück. Ja. Dann bau ich hier noch das Fenster ein. Schöne Aussage. Ich spacken beide in mir rum, beide Mäuse. Ja. Ich sollte mir mal eine neue zulegen. Ja, das bietet sich an, wenn die rum spacken. Boah, meine Maus. Ich weiß nicht. Ich hab Logitech G5. Vielleicht kennst du die. Logitech ist nice. Das hab ich... Ja, aber, ähm, ich weiß nicht. Die drückt immer zweimal rechtsklick. Das will ich nicht. Kannst du nicht umstellen, irgendwie? Nö. Also macht sie ja nicht immer. Das ist halt nur ein Fail. Achso. Also musst du mal sauber machen. Ich hab die erstens auch gemacht. Ich hab die aufgeschraubt und sauber gemacht. Die ist sauber. Auch von Logitech. Ja. Hat schon was gebracht. Ein bisschen zumindest. Okay. Warte mal. Ja, ich glaube... Ja, gleich ist das mit den Fenstern hier fertig. Hier kann ich schon mal einbauen. Und dann, ja, fehlen nur noch die... Also die Fenster halt, die Decke, die Glowstones, das Dach und, ja. Wie gesagt, dann sind wir fertig. Mhm. So, ich bau jetzt aber erstmal weiter ab und ich mach Timeset. Und ich muss auf meinem Schreibtisch unbedingt diese blöde Lampe anmachen. So. Und ich sollte mal die Schalzi runter machen. Ja, sollte ich vielleicht auch. Aber dafür müde ich mich eben. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen lauter. Wenn man es nicht hört. Ja. Gut. Oh, mein Gott. Mein Stuhl ist voll ungemütlich. Naja. So. Ist dein Stuhl auch so ungemütlich? Ne, ich hab einen ungemütlichen Schreibtischstuhl. Ja, meiner ist richtig blöd. Das ist auch kein Schreibtischstuhl. Den hab ich mir geklaut, weil... Also aus dem Esszimmer. Hab ich mir geklaut? Nein, aus dem Esszimmer. Gemops. Weil, ähm... Ach so. Das ist so ein Esszimmerstuhl. Der ist so richtig scheiße mit Holzlehne. Weil, ähm... Hier. Mein Schreibtischstuhl, der hat immer so angefangen zu knarren. Und ich hasse dieses Geräusch von knarrenden Stühlen. Ja, hab ich auch. Meine knatscht auch. Ja, und das mach ich auch nicht. Aber lieber einen gemütlichen Stuhl, halt so einen alten... ungemütlichen Stuhl. Ja, schon. Hätte ich mittlerweile auch lieber. Deswegen... Geh ich mir, glaub ich, bald mal einen neuen kaufen, weil... Das ist echt kacke. Hm. Okay, das war jetzt umständlicher, als ich eigentlich hätte das machen müssen. Was hast du denn gemacht? Ich hab das... Ich hab das ganz blöd platziert. Also, im Curfting-Feld hab ich so... Ich wollte das so teilen, damit das schneller geht, aber das hat gar nicht geklappt. Naja. So, jetzt kommt das dritte Stack. Holz. Hoch. Ja. So, die Glasscheiben sind hier gleich fertig. Und draußen kläfft ein Hund rum. Okay. Bei mir ist was los. Yay. Ja, nee, bei mir ist so gar nichts los hier. Sogar die Kinder auf der Straße schreien nicht so rum. Wow. Ey. Was ist nun mit denen los? Weiß ich nicht. Hoffentlich sind sie tot. Du hast die bestimmt bezahlt, ne? Nein. Oh, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört, was ich grad gesagt hab. So, ähm... Oh, Mann. Hast du Holz? Ja, ganz viel. Gib mir das mal, bitte. Ich brauch's aber für Treppen von meinem Haus. Äh, für das Pilzhaus. Ja, ich brauch's aber ganz dringend da. Sonst wird unser Haus nicht fertig. Alter, die Villa, die sieht ja mal episch aus. Bin die ganzen... Alter, voll groß. Ist jetzt nicht so ne verwinkelte Supervilla, sondern eher so ne Klotzvilla, aber... Klotzvilla. Von einem ist sie ziemlich gut. Wünscht man sich sowas. Ne Klotzvilla. Bringt es schon was, wenn ich das Wasser starte? Mh, ja. Wie komm ich in das Pilzhaus rein, in die Etage da? Ich boh' später noch ne Tür ein, weil... Ähm, Wartungsraum. Ja, okay. Weil ich hab den... Ich hab das noch nicht ganz verstanden. Ja, wo bist du denn? Ich bin grad im Sumpf. Im Sumpf. Einfach den kaputten Bäumen hinterher. Alter, da hast du ja gar nix mehr übrig gelassen. So. Ich bin jetzt schon beim dritten Stack. Fuck, ich hab nichts zu essen. Ich hab drei Stacks jetzt gemacht und das reicht. Ich platziere einfach mal wieder ein paar Bräume. Unverarbeitetes oder verarbeitetes? Unverarbeitetes. Drei Stacks und... Oh Gott, da ist du. Da isst du. Da isst du. Ich esse wo? Hier. Hinter dir. Wo esse ich? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, ich sag mir kurz ein und dann platziere ich noch ein paar Bräume. Oh, fuck, daneben. Schleitchen töten. Getroffen. Daneben. Ne, ich muss rohes Fleisch essen jetzt. Ich vergifte mich. Uh. Nicht unbedingt. Ne, stimmt. Wow, geil. Vortritt. Wo bist du? Ich bin grad hier lang gelaufen und hab hier ein paar Bäumchen platziert. Ja, gib mir mal bitte zwei Stacks. Ein Stack kriegst du. Nein. Nein, eineinhalb. Okay. Hier, hinter dir, gib her. Ich brauch das jetzt mal. Hör doch mal auf mit den Bäumen. Das ist einfach schwer. Ja, komm, gib mir das schon mal, Mann. Geht's. Ich brauch sonst alle Setzlinge wieder ab. Sonst brauchst du alle Setzlinge, ey, wir lassen sie stehen. Ey, du Schaf, warum frisst du hier das Gras weg? Du hast doch Fell. Äh, Wolle. Huch, was hab ich gemacht? Fell, wollte ich schon sagen. Ist doch Fell. Ja, Wolle. Ja, ist ja Fell. Naja, nicht so richtig. Doch, Schafs Fell ist Wolle. Ja, stimmt auch wieder. Muhahaha. Muhahaha. So, ähm. Gut, dann baue ich jetzt das Haus zu Ende. Die Villa. Alter. Ah, toll, ich kann nicht mehr sprinten. Ich hasse das. Ich glaube, ich werde sterben. Ja, wirklich. Ich bin jetzt zu voll, zum Dorf zu rennen. Ich glaube, ich lasse mich... Nein, scheiße. Da ist ein Junk-Fail. Ah, dann reconnecte ich eben. Bis gleich. Jupp.